Hallo, ich bin Michelle. Meine Fähigkeiten und Interessen liegen vor allem im kreativen Bereich. So spiele ich zum Beispiel gerne Klavier, ich male und zeichne in meiner Freizeit und schreibe unter anderem auch Gedichte. Bevor ich hierher kam, war ich acht Jahre an einer Tanzschule und habe Standardtanz gelernt und war neun Jahre in einer Laientheatergruppe und jetzt bin ich an der Film Acting School Cologne, um hier zu beginnen.